ja seid gegrüßt liebe freunde ein herzliches hallo und willkommen zum dritten mal hier in dieser wirklich verwirrenden umgebung voller pilze voller grün voller lianen und ketten und brücken und irgendwelche stege die hier irgendwo platziert sind wo sie auch kein weiterkommen gibt ja tolle nummer weiß nicht wie ich da jetzt irgendwie zu einem ende kommen soll oder ein ausgang oder ich weiß auch gar nicht was man hier finden sollte oder kann da steht überhaupt nichts ich bin ja hier runter gekommen ich bin von da aus gekommen richtig dabei dieser kleine braune stein vorsprung dann gehen wir mal hier weiter hoch also da habe ich bin ich mit mir am hadern wie ich das ganze jetzt mache ob ich das alles hier im off spiele und dann irgend für mich jetzt das ganze mache und dann irgendwie was suche oder finde und dann sagen hey leute ich habe hier das und das gefunden also jetzt nicht irgendwelche golems oder sonst irgendwas sondern wirklich mal was bahnbrechendes also was hier auch hier aus dieser grünen hölle heraus führt weil das ist dies ist jetzt sehr komisch ist also wie schon gesagt ordnung ein glück das ist für mich apropos nach unten fallen vielleicht sollte ich das mal machen weil in einer folge habe ich nämlich gesehen dass man an der wand irgendwie so hoch kommt ich glaube das mache ich jetzt auch blutfliegen spruchen dann runter und dann irgendwie da mal gucken also ja von den drei blutfliegen sprüchen geht jetzt einer wieder drauf und ich komme hier einfach nicht weiter also wie schon gesagt ich mache folgendes rutsch bin ich jetzt schöne leckere blutfliege ich zumsel so vor mich hin so da geht es ja nicht weiter komme ich hier irgendwie dann ist auch hier irgendwie schneller und das sieht auch irgendwie smoother aus aber könnte ich jetzt irgendwie auch so eine zwischenstation kommen das wäre natürlich viel besser ja okay gut okay da war bin ich ja auch von gekommen so jetzt bin ich hier und zwar hat aufgekommen aber das macht ihm kein keinen abbruch so jetzt gibt es ja irgendwo diese spiralsäulen die zwei die nebeneinander stehen meinte dass die hier in dem und okay muss alles noch einrennen in dem bereich sind seht ihr wie riesig das ist ich mir das mal so angucke das ist weitläufig das ist sehr weitläufig so also ich habe mir gesagt ist jetzt erstmal hier so hältst dich linke hand und schaust dann gut dann dann da dieser aufgang ist so kann man eigentlich als blutfliege auch loot erkennen aber ich habe hier eigentlich alles so gut wie abgelootet so wo war denn jetzt noch mal dieser ach ja eine drehen uns im kreis ist es genau das hatte ich ja mal vor einer oder zwei folgen gesehen so und jetzt habe ich automatisch wieder eine längere waffe das hat den vorteil ich wollte dich hier machen dass ich dann die fleischwanzen falls ich es noch entdecken sollte ich glaube das ding hat sogar mehr reichweite danke für deinen tipp das kurze war für die fleischwanzen nicht so schnell zum treffen bringen treffen sind wegen der kurzen range okay das ist jetzt hier neuer pfad den ich hier bestreite besser gesagt okay nix gut und außerdem diese vielen riesen pflanzen die sind ja auch so was vor da haben wir zum beispiel wieder was zum beispiel eine fleischwanze und einen kleinen wald golem mal speichern und mal was laden gut wenn wir mal gucken da ist er ja schon okay wie weit herankommt an mich eigentlich gar nicht großartig weil er macht ja glücklicherweise immer diese rückschritte so zack so mit dem dem ding funktioniert dem ding funktioniert es doch wunderbar soweit ich das erbrachte haben wir noch ein kristall golem da könnte ich den eigentlich auch mit dem ding hier mal speichern was ich als tipp auch noch hier mit gerade für diese dings für dieses areal das ding bringt ja gar nichts an ok also als tipp für diese umgebung wollte ich eben sagen irgendwie eine karte zu erstellen das war schön also und auch gleichzeitig mit so mit so einem pfeil damit man weiß wo man ist also wie schon gesagt es ist absolut unmöglich sich kommt kommt ich habe da noch ein paar schläge es ist absolut unmöglich sich hier ordentlich zu orientieren vor allem weil es ja auch so nach jetzt ja so weitläufig ist und zwar im 3d sinne das ist ja nicht nur auf flacher ebene so sondern das ist ja überall hängt und ein gewirr und gewahr meine vielleicht gibt es da muss man autist für sein um solche perfektion nachvollziehen zu können das wieder zu begehen zu können nur ich habe solche fähigkeiten zum glück nicht also also zum glück weil am autisten wir haben schon genug und ich kenne übrigens zwei wir haben schon genug schwierigkeiten okay das war jetzt das haben wir noch eine liege eine giftige wespe also das ist wie schon gesagt nur das nachteil der das nachteil der nachteil bei so einer karte wäre dann man kann ja nur zweidimensional gucken und also dann weiß man nicht in welchen höhen und da hinten ist wieder eine fleischende wanze na jetzt dann weiß man natürlich nicht in welchem dritten raum man sich befindet also in einer z-achse so nur klappt das doch hier wird und hier geht es auch wieder nicht war doch hier ist eine brücke hier ist eine brücke aber ich glaube ich habe noch irgendwie einen gang vergessen ich werde mal kurz speichern denn ich meinte da noch was gesehen zu haben so eine art abzweigung bevor es hier rein ging und zwar ging es ja hier noch hoch ja okay das ist ein bisschen auch wieder weitläufig gut dann gucken wir mal wo wir da bei den brücken da hinkommen also wie schon gesagt wenn ich hier schreibt mir bitte in kommentare was ist hier an diesem ort so besonders das würde mich mal interessieren außer dass es hier dass ich mich immer hier verlaufe wo war denn das jetzt mit den brücken da war doch was hier mit brücken und so der pilze da hier und dann ist das auch noch alles so gleichfarbig okay bis hierhin so und hohoho da hätte man glatt runterfallen können so auch hier geht es nicht weiter dann müsste man hier rüber springen und jetzt sind wir wieder an der stelle wo ich der meinung bin dass ich von da drüben ja hier rüber auf das ding gesprungen bin und jetzt haben wir wieder das ding also sind mal so rumgegangen ja okay dann hat dann weiß ich wie ich das mache manometer jedes zuckeln hier okay so also hier hoch oh ne ne das sieht ja wieder nach sackgasse aus ne doch nicht leute man kann hoffen man kann man kann hoffen man kann hoffen man kann hoffen obwohl ich gar und hier noch gar nichts da weiter gefunden habe also hier in dem bereich da wird bestimmt es noch irgendwo kreuchen und fleuchen hier zum beispiel da fliegt da fliegt die ist mal ebenso runter gefallen schön supi hier geht es wieder irgendwo so rum hier geht es hoch lassen wir mal eben kurz im hinterkopf uns das behalten jetzt haben wir wieder eine brücke jetzt ist hier wieder so ein ding ja wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen zu linear also so lineare spiele gewöhnt wo es wirklich nur einen weg gibt ach shit so jetzt so aus den frühen achtzigern neunzigern ach da hinten ist noch eine und ja das war also hier auch eine sackgasse oder ja okay ja und deswegen immer permanent hier nochmal was im hinterkopf behalten wo es noch weiter geht aber nicht in abgrund man seit gothic 1 gibt diesen blöden seitenausfall schritt das kann man übrigens wird wird wirklich wortwörtlich nehmen da macht er immer noch so einen leichten sprung hinterher so hier sind wir ja hochgekommen jetzt kommt die brücke nein zack wunderbar wieder fixer so jetzt haben wir hier eine brücke und da werden wir auch wieder an der brücke irgendwie begrüßt und hier gibt es auch noch was und wer sagt hier nur so eine zwischengeschichte wo man die tiefe gucken kann aha nicht unbedingt aber also dröhnen sumpfgas dröhnen hier wollte ich mich zu dröhnen dröhne ich lieber selber zurück so du so noch hier andere geschichten komme ich durch nicht so ganz okay okay jetzt hier noch was zu looten warte mal ich gehe mal ein bisschen mit der kamera zurück die ist jetzt auch weg und wie kann es anders sein hier noch eine kleine brücke okay ich speichere mal so und ihr kennt das ja wahrscheinlich von gothic 1 hier wo man zu gilbert da hochklettert und dann versucht man wieder zurück zu kommen und dann ja dann gibt es wieder diesen seiten ausfallschritt und schon wieder eine brücke ich weiß da hinten war auch noch ein weg so und da komme ich immer weiter weg von nachher wenn du so im spiel vertieft bist dann vergisst du das und schubidu immer denke ich fällt runter okay ach du liebes schläuschen wo war der denn ja jetzt bin ich tot so was war denn das jetzt eben also nochmal hier über die brücke rüber die sumpfgasdrohne erledigen irgendwo war der als ich diese brücke übertreten habe da hinten waldgolem ah verstehe tue okay ja er hält ausschau jetzt kommt er ah den könnten wir eigentlich ganz smooth erledigen komm erstmal näher dran damit meine pfeile hier ein bisschen mehr wirkung zeigen ach der bleibt ja lecker stehen auch gut okay schauen wir mal was es hier gibt hier gibt es wieder so eine brücke darüber ja 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 und hier gibt es wieder eine leiter so kommt man natürlich immer vom weg ab vor allem wenn man so einer ist der wirklich alle ecken und enden durchsuchen möchte so wie ich jetzt wieder das ding hier okay geht ja okay ich höre doch wieder was heißt also über mir ist was Zeit zu speichern und wie ich anfangs schon sagte ich habe ja gehadert damit dass ich dass ich dass ich okay das im off machen möchte aber nur unter der bedingung sobald das hier noch zu langweilig wird für einige von euch eventuell jetzt geht es da wieder in so eine höhle rein aber ich habe mir gedacht doch nimmst noch einmal auf also hier das dritte die dritte geschichte und mir ist auch aufgefallen wenn du ganz nach unten guckst und dann auf die Fleischwanze haust dann geht das auch irgendwas in der Nähe nein und wieder eine Brücke da sind nicht sieben Brücken da sind mehrere Brücken so jetzt äh du sollst nicht springen ja ich habe äh muss wieder umdenken ich habe nämlich gleichzeitig die neue Gothic 1 Version laufen so da hinten am Ende ist noch eine Sumpfengas Drohne ja und wie schon gesagt dann würde ich ich mich dann wieder für die nächste Folge einschalten wenn es wirklich was Außergewöhnliches gibt also auch hier sehe ich wieder ein Kristall Golem und auch hier sehe ich wieder eine Brücke äh sorry jetzt kommt er wieder an hier mit der Banditenachse kann ich den ja wunderbar plätten hier clever speichern ach ja was kommt hier wieder ums Eck geht es da wieder rüber hier auch noch was warte 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 mal wir machen das mal hier ganz vorsichtig ok ne da geht es nicht weiter und auch dieses Gewabere von diesen Pilzsporen übelst echt übelst so gut gibt es hier noch was zu untersuchen ich weiß auf diesen breiten Steg war ich noch nicht und noch ein Wald Golem ja gut ok machen wir dich erstmal platt hier ne wieder nicht ok jetzt oh ok dann nicht wo ist die Fleischwanze hinter mir über mir vor mir oh ne wieso haut der jetzt wieder ab ach er hat mich ach hier ist er ich sehe sie nicht wahrscheinlich unsichtbar ne ok hier gab es wohl einen Fehler ja mir auch egal hier weg futsch und noch ein Kristall Golem ja auch aber mal in die Richtung noch ein noch eine sichtbare fleischwanze zack so das sieht jetzt auch nach Sackgasse aus richtig ok ja ich habe jetzt hier glaube ich drei vier Brücken im Hinterkopf und ich weiß dass ich nicht so weit kommen werde so äh wieso zerbröselt der Kristall da hinten warte mal ja ja ne 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 ist mir klar oder bin ich jetzt so weit wieder in einen in einen Kreis gelatscht uh nicht abhauen war knapp ok jutz auch noch zack weiter gucken jetzt bestimmt End of End of Line richtig also ich hatte ja schon erwähnt wer das hier kreiert hat gebaut hat der hat wirklich wahrlich da ist ja wieder jemand der hat ja wahrlich irgendwie der hat der war gut drauf hi oder so aber natürlich nicht von Drogen du du Waldgolen bist du derjenige der eben runter gefallen ist wie bist du denn so schnell hoch gekommen ich habe dich ja jetzt erst abgespeichert zack zack ja siehste ok ok dann hätten wir das Areal diese Ebene auch durch gerade ich wünschte mir und ich habe es ausprobiert im Off ich könnte hier eine brennende Fackel hier hinlegen so nach dem Motto dass ich von Weitem sehen kann so hier warst du schon mal aber beim Abspeichern oder Neuladen ist diese Fackel dann weg das ist schade sowas müsste man eigentlich noch überhaupt speziell für Gothic noch mal einbauen so meine Idee ok gut jetzt kommen wir ja ein bisschen zurück das ist auch schön so jetzt über welche fette Brücke bin ich gekommen über die oder die auch wieder so ein Ding ich glaube über die Brücke bin ich nicht gekommen ich bin über die gekommen genau richtig dann müsste hier so ein kleiner Absatz sein über die ich ja genau ja obwohl die hat auch einen Absatz da die sehr lang aussieht jetzt hier mal so ganz normal rübergehe hahaha was wartet da am Ende an kristallen an golem kristallinum aha ok Vorsicht Vorsicht Roland springen so warte da kommt auch noch der haut der haut doch ab ne ok das ist eine sehr gefährliche Geschichte den hier auf der Brücke zu natzen aber ich habe es noch geschafft dann hätte er mich getroffen dann wäre ich wieder voll hier runter gedotzt oh oh da bleibe ich da in so einem Absatz hängen nein ich habe aber noch gar nicht alles untersucht die Musik ist ausgegangen die Textur hat sich hier geändert heißt das dass es heißt was ich denke dass es heißt das werden wir gleich sehen liebe Freunde wie für Minuten 24 aha jetzt wird es wieder wüstig was zum Geier ist das hier von Gebilde glaube ich speicher mal ganz besonders ab an einer besonderen Stelle und die Musik habe ich jetzt auch wieder angemacht sind das denn hier wieder so angreifende Teile oder ist das hier sind das Showroom Dummies die sind aber jetzt sehr groß ok gibt es hier noch irgendwas wichtiges was ich hier finde ich wusste ich habe echt damit gerechnet dass ich in der dritten Folge hier nicht rauskomme weil ich habe bestimmt viel vergessen und das werde ich im Off nochmal dann nochmal selbst für mich alleine nochmal abgrasen was Himmelsscheibe von Nebra oder wie was 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 die Himmelsscheibe so ich habe eine alte Steine gut ok letzter Absatz ich habe das Tal des Tempels das Tal des Himmeltempels des Himmeltempel ok gefunden doch ich bin alleine hier die Diener Velia sind ebenfalls schon im Tal und befinden sich im Kampf mit den Wächtern Adanos hoffentlich komme ich nicht zu spät die Himmelsscheibe darf nicht in die Hände des Feindes gelangen so wie sieht es denn eigentlich mit meiner Trank Geschichte aus hahaha und hier essenstechnisch nicht mehr so viele Suppen und sowas eigentlich gar nicht aber gut ok ansonsten muss ich notfalls hier noch ein paar Kräutertjes oder Fleisch essen ich habe hier noch ein bisschen was was ich auch brennen kann brennen kann grillen natürlich so Leute ich glaube jetzt wird es echt mal interessanter unten sind ja diese bösen Wüsten 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 Dinger da ne das sind sie nicht was sind das hier für Leidl Sternwächter ah die haben schon einen Kampf die haben schon einen Kampf ach deswegen die sind schon da und die haben schon mit den Leuten gekämpft so ist das also was bist du denn für einer hier Knochenkrieger Waldbeere Zähne Wolfe alte Münze röf mal feierrohes Fleisch Wasser Altbeere alte Münze so und du hattest nun ja die Steinwächter haben nur alte Münzen hier oh weiche also für die Leute die das schon kennen für mich ist das jetzt hier absolut nagelneu wow und was ist Alter was ist denn hier passiert ist das der Turm zu Babel oder wie das ist immer 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 besser speichern endlich mal raus aus diesem Muff aus diesem Pilzmuff so schauen wir mal was ist denn hier irgendwie noch was ok hier ist ein Absatz hier ist die Textur ziemlich grob kann man so auf die Schnelle nicht sehen ob es da Lootgut gibt ach hier geht es runter aber trotzdem hier nochmal schnell überblicken und hier geht es nochmal hoch äh also ich wüsste jetzt nicht dass es irgendeinen Timer in Gothic gibt also so ein so ein Timer nach dem Motto du hast nur so und so viel Zeit ich höre was ok das sind Skavis und was bist du da hinten für ein Heinz sieht aus wie ein Löwe ein Urlöwe sogar Leute die sind eine Art Säbelzahntiger speichern nochmal dann gucken wir mal wie wir an den Urlöwen rankommen falls wir rankommen da kommt er ja nicht rum da ist er ok mhm ah hier kommen wir rum wo ist er denn jetzt ach nee Leute jetzt hat es ihn weggeklippt das mag ich jetzt so nicht ok noch mal noch ein Versuch so da ist er wieder so so dann kann er da irgendwie nicht runterfallen oder sowas treffe ihn trotzdem nicht ach so ach so weil das ist ein bisschen pfff alter da ist er ok uhrlöwe mach das zurück in den Urwald kommst so vier Krallen Löwen fällt 2x10 ich habe ein bisschen Blut verloren und ich werde mich dann äh wieder frisch machen für die nächste Folge in der nächsten Woche und schaut euch diesen Anblick an und ich muss ehrlich sagen ich bin echt glücklich dass ich aus der grünen Hölle erstmal raus bin aber ich werde die nochmal dem Off ähm nochmal gründlichst durchsuchen und darüber berichten in der nächsten Folge dank für euer Zusehen und äh habt einen schönen Tag noch macht's gut tschüss